Hallo, willkommen zurück, meine Freunde. In Toussaint. Mit Geralt. Der nichts lieber tut, als den ganzen Tag zu warten. So, hier lang, da lang. Hier rum, la rum, Löffelstil. Wer nix kann, der kann nicht viel. Wir machen ja immer noch hier... Immer noch bei hier, das Weingut zu retten. Und das riesig ist, was hier alles zu diesem Weingut gehört. Unser kleines Weingut ist eine ansatzweise die Größe. In der Fresse. Wenn ich schon wieder verlaufen ist, kann es doch nicht sein. Ja, natürlich. Dreimal dürfen wir raten, es sind mit Sicherheit wieder diese... Personennöten. Eine Markierung, Personennöten. Ah, hier. Bestimmt gefangen genommen. Eine kleine Speicherung. Ach, das sind aber nur... Normale Banditen, in Anführungszeichen. Guck mal, was der Geralt kann. Boom! Aber es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Zack! Da rollen die Köpfe. Zack, das Schwert weggesteckt, was er gar nicht hat. Ich schulde dir mein Leben, unbekannter Ritter. Wie heißt du? Geralt. Ich heiße Geralt. Geralt von Riva. Meinen Dank, Herr Geralt. Diese Lumpen haben meinen Kräutergarten ramponiert. Hat er eine Bindel? Ich wollte schon einen Hammer nehmen und das Gesindel verscheuchen, aber... Dann habe ich mich lieber hingekniet und mich zu ergeben. Bei meinem Verdruss waren es einfach zu viele. Keine Chance. Ach, hat ja keinen Sinn, hier rumzujammern. Komm mit nach Vermentino. Ich flick deine Rüstung oder ich werde mich für dich an den Amboss stellen. Boah, wieso nicht? Sind jetzt hier eh fertig. Gut, geh voran. Oder hätten wir uns erstmal nochmal umgucken sollen? Ja, weiß ich nicht. Werden wir noch sehen. Wir... Wir können Sachen verkaufen. Waren ja eh fertig so... Alter, was er dabei hat, ne? Glaube ich ja nicht. So, verkaufen. Verkaufen. Oh, er hat aber viel. Gut. Dann war es das. Reparieren. Zack. Passt. Die glorreichen Zeiten des Weinguts sind wohl Geschichte. Hat schon bessere Tage gesehen, ja. Banditen sind nicht unser einziges Problem. Diese gelben Riesenparasiten werden immer mehr zur Plage. Herren Mathilda tut ihr Bestes. Aber wenn die Leute Angst haben, rauszugehen und zu arbeiten, was soll sie machen? Gut. Bis dann. Danke. Bis dann. Quest aktualisiert. So. Und wo führt sie uns jetzt hin? Okay, oder setze die Untersuchung fort, um Liams Probleme zu lösen. Okay. Also, ich kann jetzt... Mich um die Probleme auf dem anderen Weingut auch noch kümmern. Was ja vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Dann wissen wir wenigstens, was Sache ist. Gut. Wo ist er? Komm schon. Machen wir das doch mal. Ich weiß nicht, ob wir uns hätten... Wir hatten ja die eine Quest mit... Triff... Äh... Mit dem Schlüssel. Triff dich mit uns. Mit dem Schlüssel. Bla, bla, bla. Am nächsten Morgen. Aber es hatte sich ja dann eh erledigt, weil wir... Weil wir gepennt haben. Wir könnten natürlich jetzt auch erstmal schnell nach unserem Geld gucken. Mach langsam. Ist ja was, das machen wir. Gucken wir mal, ob unser Geld fertig ist. So, wo ist denn die Bank nochmal? Bla, 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 bla. Kamera. Boah, wo war die denn, Alter? Jetzt bin ich natürlich wieder... Ist die nicht eingezeichnet gewesen? Ne, die ist nicht eingezeichnet gewesen. Wo war die fucking Bank? Wo war die fucking Bank? Ich glaube, wenn wir hier... La Grande Palatze. Da müsste sie doch gewesen sein irgendwo. Gucken wir nochmal. Boah, das ist echt ein bisschen her. Wo ich mich da dran erinnern kann. Das war schon beim Witcher nicht so einfach. Wenn man das erste Mal nach Novigrad kam. Meister Hexer, hast du einen Moment Zeit? Wer ruft mich denn? Man muss auch mal ausspannen und feiern. Meister Hexer, hast du einen Moment Zeit? Hier. Was denn? Hier ist dein Geld, Herr. Ah. Und ein kleines Geschenk als Dank für deine Geduld. Diese Klinge ist der Rechenmeister. Sie hat meinen Arsch schon oft gerettet. Danke, Kianfane. Was? 500 Kronen? Alles noch. Lache ich doch drüber. Ich bitte um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Benimm dich bloß, Freundchen. Ist so ein schlechter Witz. Meister Hexer, was kann ich für dich tun? Meister Hexer, was kann ich für dich tun? Schlechter Witz. So, ich muss nochmal... Gefällt's dir hier? Willkommen in der Kianfanelli Bank. Wir sorgen für ihr Geld, als wäre es unseres. Und der Kunde ist König. Klar. Wie kann ich helfen? Ich möchte gerne Geld wechseln. Aber natürlich. Hä, kann ich nicht? Achso, doch, 1000 Kronen. Ich komme später wieder. Gut. Gut. Hast du ein Anliegen? Immerhin. Benimm dich bloß, Freundchen. Bist schließlich in Beauclair. Das gibt's doch nicht. So, das gibt's doch nicht. Das gibt's ja wohl. So, wo waren wir stehen geblieben? Zum Basilisken, oder? Nee, hier. Hier waren wir. Pelgmundbrücke. Ganz schön hoch im Norden unterwegs. Egal. Gut. Gut, gut. Oder auch nicht. Das sieht ja noch fast noch heruntergekommen aus. Meine Knochen tun wieder weh. Oh. Oh. Da. Ich seh's schon. Da hilft doch kein Beten. Hrrr. Hey. Do the attention. Let it go. To the Molly who's what you can and suck your number. Ah. 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 Das war's für heute. Junge, Junge. Die Archespuren treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Boom! Level ab, oder was? So, haben wir das geschafft? Ja, haben wir. Jesus Christus. So bin ich. Weiter so, Plätze. Das nächste ist auch gleich schon wieder hier irgendwo. Da hinten. Hartlinks! Am Ende von dem Feld hier, müsste das sein. Hab ich wohl einen Knick in der Pupille. Ah, das könnte es doch sein. Ja, ich sehe sie schon wieder von Weitem. Oh, Mann. Und... weg level up Hallo. Mein Gott, ey. Auf dem Boden ist Blut. Viel Blut. Wanns noch irgendwas? Sieht aber nicht so aus. Großer weißer Schrecken. Gefahrenzone, nicht weitergehen. Großer weißer Schrecken heißt es im Auftrag. Könnte dieselbe Bestie wie in den Warnungen sein. Nicht jetzt. Gut, hier ist auch nichts. Ach, hier ist noch einer. Der Heep hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Anweisung. Was haben wir denn da? Der Brief ist doch nicht zufällig hier gelandet. Wenn du mich diesmal enttäuscht, ziehe ich dir deine fleckige Haut ab. Hol morgen die nächste Lieferung Setzlinge aus dem Gewächshaus in Tesam Mutna ab. Wir müssen einen weiteren Bereich von Coronata infizieren. Aber verspäte dich nicht, denn der Druck vom Weingut auf der anderen Seite des Flusses hat den Schlüssel. Ja, das denke ich auch. Gut, dass wir uns entschlossen haben zu gucken. Aber ich denke, wir sollten auch vor allem hinsichtlich der Erfahrungspunkte hier erstmal noch weiterschauen. Was sind das jetzt? Weinfäde, aha. Gut, aber wir machen jetzt erstmal noch diese einen Weinfäde, die Weinfäden hier zu Ende. Ach, jetzt habe ich hier wieder nicht. Das ist aber am Arsch der Welt. Na gut. Mhm. Das Lager ist verlassen, aber die Zerstörungen sind noch frisch. Ich bin wohl knapp zu spät gekommen. Sollte mich dennoch umsehen. Kampfspuren, Pfotenabdrücke, eindeutig von einem Monster. Aber nur an einer Stelle muss ein Angriff aus der Luft gewesen sein. Ein Mann. Er ist verblutet. Die Wunden stammen den Klauenspuren nach von einem großen Vieh. Und es hat ein breites Grinsen mit langen Zähnen, sagt die zerrissene Kehle. Das muss ein Draconit sein. Ein Basilisk vielleicht. Allerdings sind diese Spuren irgendwie anders. Okay. Hier ist es gefährlich. Ich schätze, ein Basilisk treibt sich hier rum. Du solltest dich lieber fernhalten. Aber das weiß ich doch. Ich darf mit Stolz verkünden, dass hier wirklich ein Basilisk lebt. Ich kümmere mich persönlich um ihn. Was? Kümmern? Basilisken sind doch keine Schoßtiere. Das Vieh bringt hier die Leute um. Moment mal. Er bringt keine Leute um, die nicht durch sein Revier kommen. Hast du diese Warnungen ausgehängt? Oh ja, damit niemand zu Schaden kommt. Das funktioniert ja prima. Hier haben wir eine frisch zerrissene Leiche. Das war wohl ein Händler. Armer Kerr. Ich habe heute erfahren, dass zwei Kaufleute trotz der Hinweise diesen Weg gewählt haben. Ich kam so schnell ich konnte, um sie zu warnen. Leider zu spät. Ich habe meine Diener bereits angewiesen, den Leichnam zur Familie zu bringen und sie großzügig zu entschädigen. Hm, du bezahlst die Angehörigen? Wieso? Diese Gegend ist seit Jahrzehnten im Besitz meiner Familie. Sie wurde uns von Herzogin Ademarta gewährt. Der Basilisk verlässt unser Land nicht. Er jagt oder tötet oder zerstört nirgendwo sonst. Wenn man ihn nicht provoziert, wenn es aber doch mal passiert, wenn er tötet, dann zahle ich für alles. Aus eigener Tasche. Hm. Hast du auch Söhne und Ehemänner in der Tasche, mit denen du die ganzen zerfleischten Leute ersetzen kannst? Die Toten kann ich natürlich nicht wieder lebendig machen. Aber ihre Lieben bekommen eine großzügige Entschädigung. Letzten Sommer gab ich der Witwe eines Lederers 800 Kronen. Und die Familie dieses unglücklichen Händlers wird ebenfalls angemessen entschädigt. Boah, das ist natürlich hart. Aber ganz cool, dass das wieder so verstrickt ist. Jetzt hat das mit dem Weingut... Das hat jetzt gar nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun, dass es da eine Verschwörung gegen das Weingut gibt, sondern mit diesen Basilisken. Hm. Du sagst, dies wäre der letzte noch lebende Basilisk? Woher willst du das wissen? Es ist der letzte Vertreter dieser Unterart. Die war mal recht zahlreich, bevor die Buchenwälder gerodet wurden. Du behauptest, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Dichte von Buchenwäldern und der von Basilisken-Population? Nun, der Zusammenhang ist indirekt, möchte ich sagen. In Buchenwäldern gibt es viele Rehe, weißt du? Und die Basilisken haben viel zu fressen. Als Rehe selten wurden, machten die Basilisken die Menschen zu ihrer Nahrungsgrundlage. Deswegen kamen die Hexer. Und so ist dies jetzt das letzte Exemplar. Ein Weibchen. Letztes Jahr noch hatten wir zwei, aber der Gefährte von Jokaste ist leider verschieden. Jokaste? Warum sollte sie keinen Namen haben? Mein Vater hat sie so genannt, zum Andenken an meine selige Mutter. Damals hat Jokaste gebrütet, zwei Eier. Aber ach, sie hat sie aus dem Nest geworfen, als ihr Gefährte starb. Wer genau bist du? Und was interessiert dich an dem Monster so? Graf Borhis, stets zu diensten. Was das Monster betrifft, nun, diese Unterart ist das Symbol unserer Dynastie. Die Familie des Alvarez signiert seit Jahrhunderten mit dem Regulus Platinum. Der Familienlegende zufolge rettete einst ein Weibchen dieser Art einen unserer Vorfahren, der noch ein Junge war, aus einem brennenden Gebäude. Sie brachte ihn in ihr Nest und fütterte ihn wie eines ihrer Jungen. Mumpitz. Gewiss, aber schöner Mumpitz. Wo nistet der Basilisk denn? Weißt du das? Natürlich weiß ich das. Aber du erwartest ja wohl nicht, dass ich es dir sage. Das sind ja keine Holzschwerter, die du da hast. Ich kenne deine Absichten. Dann finde ich ihn selbst. Seine Pfotenabdrücke sind ja augenfällig. Du hast zwei Händler erwähnt. Nach der anderen Leiche suche ich dann wohl auch. Ein Silber-Basilisk. So, so. Er wird sich sicherlich hier irgendwo aufhalten. Zur rechten Hand. Da, wo Plötze gerade steht, quasi. Hier sind überall noch seltsam, diese Brandspuren. War das das Monstergift? Diese Unterart muss ja hochtoxisch sein. Oh ja, Wunden von Silber-Basilisken werden ganz besonders brandig. Ich muss einen Trank zum Neutralisieren zubereiten. Zerstörte Fässer. Der Inhalt ist überall. Es muss Tannin drin gewesen sein. Zum Ledergärten. Das Monster hat die Fässer zerstört. Deswegen riechen die Schuppen so. Jokoko ist ja so neugierig. Besonders bei starken Gerüchen. Diese Fässer müssen sie zu der Karawane gelockt haben. Zerstörte Fässer mit Speicheldraht. Ein Angriff. Hier hat der Basilisk sich wohl sein zweites Opfer geschnappt. Jedenfalls gibt es zwei Gerüche. Gift und Tannin. Damit müsste ich das Monster finden. Warum willst du das tun? Jokasta steht unter Artenschutz. Sollte sie sterben, würde das Gleichgewicht im Ökosystem dauerhaft aus den Fugen geraten. Die Folgen wären nicht abzusehen. Provoziere sie einfach nicht. Wenn du ihr nichts tust, wird auch sie dich in Ruhe lassen. Ich argwöhne schon lange, dass sie das mit Absicht machen. Ihre Waren für mich. Damit der Basilisk sie zerstört. Dann können sie die Versicherung kassieren. Armer Kerl. Ein ekelhafter Typ. Bin mir ein bisschen unsicher, ob wir das machen sollten. Hm. Machen wir das oder nicht? Okay. Adrenalin gewinnen. Adrenalin gewinnen. 2% Chance auf Einfrieren. Einfrieren. Einfrieren ist relativ imbar. Nochmal 3% auf Betäuben. Ja, ich rüste das mal hier schnell auf, damit wir 3% vergiften. Ja, den menschlichen Gegner ist ja verbrennen immer gar nicht so schlecht. Vergiften. Ah, und betäuben. So. Zack. Passt. Bis aufs Erste. Die Waffen sind geschärft. Gut, dann machen wir hier erstmal einen Cut. Und dann in der nächsten Folge gehen wir mal in den Wald gucken, ob sich das lohnt für uns oder nicht. Äh, ob wir es überhaupt schaffen. Ist ja auch noch eine andere Frage. Wir werden sehen. Wir gucken in der nächsten Folge nach dem Basilisken. Mainbleiben. Bis dann. Tschüss.